hey leute max hier ist es nicht sonntag tatsächlich ja worum geht es heute heute ist 31 märz und das ist der internationale day of transversibility heute ist der tag in dem geautete transidente menschen sich der welt zeigen um sich gegenseitig zu unterstützen zu sagen hey leute wir sind da uns gibt es wir leben es ist im prinzip trans pride was man so will es geht darum zu zeigen wer wir sind dass wir da sind und es ist zum einen das zum anderen geht es auch um solidarität wir sind solidarisch zu den menschen die noch nicht geautet sind die sich nicht outen können die wirklich unglaublich schwierigkeiten haben im alltagsleben wir sind solidarisch denen die verfolgt werden aufgrund ihrer transidentität weil wir einfach zeigen wollen hey wir sind immer noch eine große familie ist es was mir auch wichtig ist was ich die zuschauende person was ich dir ans herz legen will wenn du auch wenn du probleme hast auch wenn es unglaublich schwer ist auch wenn dir von leuten gesagt wird es du bist nicht wer du bist bitte erinner dich da dran du bist du das ist gut so du bist transgenut ich bin bei dir wenn du auch nur ein geister du bist du bist wer du bist und das ist gut so ja ich wünsche euch noch ein schönes wochenende schöne ostern wenn ihr ostern feiert hoffentlich nicht so viel kontakt mit familie wenn ihr keinen bock darauf habt Für die Leute, die gut klarkommen. Schön Familienfeiern. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Wir sehen uns. Ciao.